Hallo und herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal vom Tanzhaus Rosenbusch. Ich zeige euch einen Leidens-Titel zu Better I Don't. Wir starten mit dem rechten Fuß über. Eins, zwei, drei, vier. Ferse, Spitze. Ferse, Spitze, Ferse, Spitze. Vor, Kick. Vor, Tap. Vor, Kick. Und wir gehen nach rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ein Step-Touch rechts und links. Und dann können wir direkt wieder von vorne anfangen. Was wir zudem machen können, wir können den Tanz drehen. Und die Stelle zeige ich euch auch nochmal. Und zwar haben wir folgendes. Der Anfang bleibt. Eins, zwei, drei, vier. Ferse, Spitze, Ferse, Spitze, Ferse, Spitze, Schritt, Kick, Schritt, Tap, Schritt, Kick. Wir gehen nach rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hier haben wir den zweiten Teil um ein Viertel nach links gedreht. Und am Ende haben wir hier noch den Step-Touch. So, damit ihr das Ganze nochmal mittanzen könnt, drehe ich mich nochmal mit dem Rücken zu euch. Und los geht's. Wir haben eins, zwei, drei, vier. Ferse, Spitze, Ferse, Spitze, Ferse, Spitze. Zweimal Schritt, Kick und Tap. Dann geht es wieder nach rechts. Eins, zwei, drei, vier. Einmal ohne die Drehung. Mit dem Step-Touch hinten dran. Und dann starten wir wieder von vorne. Und jetzt zeige ich euch das Ganze noch einmal mit der Drehung aus der anderen Richtung. Wir haben wieder den rechten Fuß frei. Eins, zwei, drei, vier. Ferse, Spitze, Ferse, Spitze, Ferse, Spitze, Schritt, Kick, Schritt, Tap, Schritt, Kick. Wir gehen nach rechts, rüber, Rückseite, Tap, Seite, Rückseite, Tap. Auf diesem letzten Tap können wir uns nach links drehen, um ein Viertel, wenn ihr möchtet. Und dann würde der Step-Touch in die neue Richtung getanzt werden. Und von hier aus geht es wieder von vorne los. Vielen Dank fürs Mitmachen und Zuschauen. Macht es gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.